Ist die Wissenschaft zu weit gegangen, indem es ihr erlaubt, bei dieser Spiel-Engine so eine Blödsinn zu erlauben? Ja! Erst, ey, Quatsch mir nicht ins Video, wenn ihr ein YouTube-Video macht, wo ihr schon wieder unter Beweis stellt, dass die Next-Car-Game-Technology da noch 1-2 Probleme hat. Ja. Okay. Ach. Bis dann, Leute.